moin moin leute und willkommen zurück zu cyberpunk ja die letzten beiden folgen die letzte große mission die wir gemacht haben die war ziemlich verrückt und ich glaube wir haben jetzt so den prolog übersprungen ich habe auch gesehen dass sich die das menü da hat sich im bild ein bisschen was getan oder geändert besser gesagt und auch die ladebildschirme hat sich ein bisschen geändert dass ich glaube wir sind jetzt effektiv aus dem prolog raus und wir haben jetzt glaube ich so langsam die ganzen ersten richtigen wichtigen hebel in bewegung gesetzt und ich bin sehr gespannt wie es weitergeht wir haben ein paar optionale aufgaben hier anscheinend haben wir e-mails bekommen überfällige miete sehr geehrte damen und herren laut unseren unterlagen haben wir von ihnen diesen monat noch nicht die miete für die einheit blablabla erhalten zwangsräumung ja gut müssen wir mal mit leben ich wüsste nicht wie man es bezahlt öffne dein inventar und zieh dir das an ob er war jetzt an das natürlich gut zu wissen gucken wir mal kleiner schrank das war genau das haben wir auch gefunden aber das das will ich nicht aber warum habe ich nichts an ich habe doch warte mal ich glaube ich kann hier links diese dinge auswählen diese gespeicherten outfits und ok das habe ich jetzt an ein bisschen komisch von der führung ehrlich gesagt aber naja nimm die munition das ist noch die frage dass es scheint hier zu sein denke ich ja perfekt nehmen möchte ich gerne mit mit kriegen anrufen takimura hier na ja wir müssen uns kommen zu Tomu steigern hm warum würde ich das machen weil ich bin der wahl der die deine leute zu retten habe ich noch nicht in meine halle zu retten nicht nach dem alles was passiert das wird nie passieren Und so was? Wenn du umliegst, musst du den Ring wiederholen. Die Bellen hat es bereits gesagt. Thomas Diner, ich warte. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, du hast deine Zukunft in der Oberliga wohl kaum in einem angeranzten alten T-Shirt angefangen. Wenn man ganz an die Spitze will, muss man sich auf ziemlich kalten Wind einstellen. Du weißt doch, alte Leute, wie die machen sich immer Sorgen, dass ihre Jungspunde euch erkältet. Okay, cool, er hat uns ein paar Sachen da gelassen. Schreiben wir das mal. Das hört man gerne. Bei mir im Schrank setzt sie eh nur Stab an. Mir ist es lieber, sie kommt ein gutes neues Zuhause, als dass ich ein paar Annys verticke oder den Müll schmeiße. Der ist korrekt drauf. Coach Fred, okay, der sagt uns ein bisschen was zu den Faustkämpfen. Da werden wir, glaube ich, erstmal nicht zukommen. Jetzt haben wir hier noch Delamain. Lieber Mr. V, ich möchte Sie darüber informieren, dass Mr. Vs sterbliche Überreste seiner Familie übergeben wurden. Cool. Das klingt gut. Wir können ihn sogar anrufen. Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Können Sie mal auch Spaß selber ausprobieren. Was passiert? Gar nichts. Okay, Viktor schreibt nochmal zurück. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie dir gefallen. Style ist alles, was man so schön sagt. Oder vielleicht sagt das auch keine Sau mehr. Blablabla. Okay, das andere lassen wir erstmal. Können wir nochmal kurz gucken, was wir jetzt bekommen haben. Falls das jetzt direkt überhaupt hier ist. Ne. Gucken wir nochmal ganz kurz hier. Ob hier im Lager was ist. Aber das sieht erstmal auch nicht so aus. Also hier sind dieselben Sachen drin, die wir vorher auch hatten. Ähm, und hier ist glaube ich auch nichts Neues dabei. Vielleicht das hier? Bandagen. Okay. Interessant. Ne, ich glaube der... Ich glaube wir haben noch nichts Neues bekommen. Wir vertschuldigen mich aber auch. Egal, ist ja nicht so wichtig. Wir gehen direkt mal der nächsten Mission nach. Und... Ah, warte mal. Verkaufen können wir noch ein paar Dinge. Und, ähm... Was nehmen wir denn mal? Könnt ihr eigentlich hier fort welche wegtun? Packen wir mal die beiden weg. Hm. Ja, keine Ahnung. So ein bisschen was wegtun. Also. Aber gut, ich glaube der wird uns auch nicht so viel Geld bringen. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch die Aufgabe, unseren guten Ripper-Doc abzubezahlen. Das könnte man eigentlich direkt mal machen. Oh, was haben wir denn hier? Ups. Was haben wir denn hier? Sind das so verschiedene Progressions? Hm, okay. Hier unten haben wir auch noch was. Okay, das war vorher noch nicht da. Hm. So, wir haben einen neuen Attributspunkt und Vorteilspunkt. Ich würde sagen, wir geben das mal aus. Ich, ähm... Bin immer noch ein Freund von Intelligenz. Aber ich glaube, ich packe es mal auf Reflexe. Und... Vielleicht können wir hier auch noch irgendwas machen. Ja, die Springen- und Klettergeschwindigkeit. Ich möchte schießen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich glaube, ich mache mal das. Nachladen beim Sprinten und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Äh, ich bin immer jemand, der... ... sehr schnell nachladet. Das gucke ich gerade noch mal ganz kurz. Das ruckelt ja auch mega hier auf einmal. Vielleicht, weil da ein bisschen mehr Laden muss als sonst. Hm. Wir nehmen ja die Schnellstation. Wir brauchen nicht ganz so viel... ... Zeit in anderen Sachen verschwenden. Ich würde mich schon gerne auf die... ... auf die Hauptstory konzentrieren. Ich gucke mal gerade, ähm... Ich glaube, der Ripper-Dog war da auch eigentlich auch hier irgendwo. Aber egal. Gehen wir sonst ein anderes Mal hin. Ist auch nicht ganz so wichtig. Nur irgendwann soll er natürlich seine Kohle auf jeden Fall bekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, eh noch nicht genug. Oder also wir haben genug. Aber wenn wir es ihm jetzt komplett geben würden, dann hätten wir quasi nichts mehr. Dann sind wir quasi komplett blank. Ähm... Okay, ein Aufzug rufen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Achso, Metro war das, ne? Irgendwas, irgendwas Metro. Ich würde sagen, er hat geschossen. Aber wobei, er sagt... Ah, ne, jetzt geht's. Sag gerade so aus, als hätte er, ähm... Als würde er, ähm, uns nach oben führen. Oder zeigen. Aber da, da seh ich's doch schon. Tom Steiner. Ich würde gerne ein paar Antworten von dem Typen hören, ehrlich gesagt. So ein paar Fragen schweben mir dann doch noch so im Kopf. Ähm... Was das jetzt alles genau war und... Also er sagt uns, er hat uns das, ähm... Leben gerettet. Aber so ganz verstehe ich jetzt noch nicht, warum er am Anfang sagte, hey, ich hab hier übrigens den, den Killer gefunden. Und die Mutter von Jackie schreibt uns gerade an. Wir müssen reden, bitte geh ran. Äh, okay. Ich ruf's hier mal an. Hey. Gut zu hören, du. Endlich. Es ist ein langer Zeit, seit wir gesprochen haben. Seitdem, wenn Jackie weggebracht hat. Wie geht's? Wie denkst du? Mein Sonn ist tot. Aber ich bin in da. Call ihn zu offeren meine Schulden. Offer your Schulden. Ay, Jesus Christo, wie. Du lebst unter unserem Ruf. Hab die decenzierter nicht zu trinken mich wie ein strangerer du gerade kennengelerst hast. Ich warst dich. Ich vorbereite eine Fähre für Jackito. Wir können ihn nicht ohne ein properer Goodbye. Die Zeremonie wird in der Coyote-Koho sein. Viele von seinen Freunden werden da sein. Sag nicht mehr, Mama Wells. Ich werde da sein. Ich habe mich für einen Moment nicht gewohnt. Wir werden deine Zeremonie sammeln. Daher werden wir. Diese Studie wird aus der Zeremonie. Das wird bestimmt eine Nebenmission. Die würden wir natürlich machen, wenn wir es mitbekommen. Und hier ist unser... Kann man Freund sagen? Ich weiß es noch nicht. Du siehst nicht so schlecht. Dann, im Auto. Ich wüsste, dass du überleben würdest. Warum hast du mir trotzdem geholfen? Ich brauche dich zu leben. Das hat sich nicht verändert. Okay. Das ist die Biochipp? Das ist warum ich hier bin? Ich höre, dass es zu verabschieden ist. Wenn du einen Versuch zu erzeugen würdest, dann wird es gefährlich. Fertig für dich. Vick magst du sprechen, glaube ich. Nicht viele können was er getan haben. Du solltest dich dankbar sein. Die Frage ist, wenn sie sagen, dass ich dann draufgehe, heißt das ja nicht, dass das für die etwas sein könnte, oder also keine Option wäre. Deswegen wundert mich das jetzt noch ein bisschen. Zu Beginn. Du musst mir erzählen, wo zu Evelyn Parker finden. Evelyn. Was ist sie für dich? Sie und Yorinobu Arasaka hatten intime Relationen. Sie weiß, wie zu ihm zu kommen. Ich dachte, ich würde mit ihr selbst ein Wort haben. Sie hat mir geholfen, dass sie mich aus dem Schiff erzeugt. Ich würde nicht auf das antworten. Sie ist sicherlich weg. Sehr weit weg. Hm. Ja, dann hat er sich die Frage selber beantwortet. Das stimmt. Aber hat er sie gesucht? Warum hat er sie gesucht? Ich versuchte, sie zu erzeugen, aber sie hatte keinen Erfolg. Ich versuchte, sie hat ihre Fahrzeuge. Du sagst, Parker könnte dir helfen, die Relation entfernen. Sie arbeitet für eine Kooperation? Ähm. Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Evelyn war über die Relationen kennengelernt. Sie hatte einen großen Teil der klassifizierten Info. Eine Enigma, um sicher zu sein. Aber sie zeigte, dass sie in Corporationsagenten gezeigt hat. Du kennst die Art. Ich habe auch diese Leidigkeit, die du sprichst. Guck mal, er weiß es doch. Guck mal, er weiß es doch. Es ist viel mehr möglich hier. Ich habe die Alliaten vorbereitet, um Yorinobu zu seinen Knie zu bringen. Das nur was ich brauche, ist Beweis. Und du denkst, sie werden das Wort eines Murkern vertrauen? Ich habe nichts besser jetzt. Auch ich weiß niemanden hier. Und ich bin ein Fugitier. Ich bin schäuert. Ich bin ein Fugitier. Es gibt kein Zeitpunkt, um zu verdienen. Das ist die Frage, ob es von Haus aus quasi in die... in die Augen quasi integriert ist. Oder wie das alles funktioniert. Ähm... Fragen wir ihn mal weiter aus. Dann werde ich euch erzählen, was erwartet, wenn du mir helfen kannst. So, was? Wir gehen nach Arasaka HQ und sagen, dass Yorinobu ist ein Kinn-Killer? Dass er Mördered Saburo? Wir werden die Verkaufung vor, in einem neutralen Ort. Das ist ein Kinn-Killer. Es hat ein Kinn-Killer. Es wird ein Kinn-Killer. Es wird ein Kinn-Killer. Ein Kinn-Killer? In diesem Fall, eine weitere Option. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist nicht wissen, wie sich selbst schützen. Ein Kinn-Killer ist ein Kinn-Killer. Technologie von Arasaka. Technologie sie allein wissen. Diese Kooperation kann dich so einfach schützen, wie sie dich verschwinden kann. Es geht nur darum, die richtigen Menschen auf deinem Seite zu bekommen. Politik. Ja, hat er wohl einen gewissen Punkt. Exakt, welchen Menschen wir sprechen. Menschen, die Arasaka lieben. Ah, es ist heiß. Menschen, die interessiert in der Kooperation des stabilen Wachstum. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Oder Hellman, so gesagt. Kennt ihr nicht. Du kennst Leute wie Anders Hellmann? Du kennst diesen Namen? Wie? Präbt für den Heist. Thoroughly. Relic ist Hellmanns Design, seine Kreation. Und wahr. Er ist ein Paul. Ich dachte, von einer viel mehr körperlichen. Außerdem, Anders Hellmann hat Arasaka ausgeräumt. Er schraubt ihn. Ok. Fuckin' Saka Skums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that Corpo Kunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. Hm. At least one of you's got some fucking sense. You don't make trouble. Fee. War aber auch direkt ganz eingeschossen hier. Last thing we want to do is to draw attention. I'm sorry, how stupid the reflex. Tom's alright. Not afraid to speak his mind, that's all. He reminds me of my father. He also worked in a kitchen all his life. Thanks for the offer. Need to think about it. Get back to you. I need time to plan, organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help? Best chance, I'll find the right person here. Someone other than Arasaka Specialists? There's no one. No alternative. Actually, we just talked about some. We can see if we can find them. With a bit of luck. I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she would not manage to now. Honor among thieves. Have you heard of it? Yes, I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. Yorinobu Arasaka would agree, I'm sure. The Paka woman will not help you. Why you? I would think about a plan B. Anders Hellman. He invented the relic. If I wanna get rid of it, he's my man. And if that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. I myself spent many days looking for him. He... what's the expression? Dropped off the face of the earth. Hmm. The king of fixers there. Rogue. Hmm. Die haben wir schon mal gehört. Das war die... Die mit ähm... Johnny... äh... in dem Heli war. Wie? Ich will sagen, du arbeitest für Saburo, aber hast keine Ahnung, wie zu den Höhen und Möchten sprechen. Sie wünschte, dass sie nichts zu tun haben, mit dem Mann, der zu schütteln, zu schütteln, Saburo Arasaka. Rogue ist gut informiert. Gibt's wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. I wish you luck. The old man is choosy, expensive and rude. Hmm. I cannot stay here any longer. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends. Call in some favors. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Till then, I guess. Okay. If you buy some miracle, you'll find Hellman. Please notify me. He and I have unfinished business. Oh nein. Zapper Dumples and Filth. In some ways Night City never changes. Arasaka still a despotic machine in the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue still alive. Da haben wir's. Sind wir jetzt Freunde? You know, you got some nerve. First you had to kill me, now you want to be my pal. Make like nothing happened. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. What do you want? And I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dick wipe. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back. Looked at things. Think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the stone age. Why should I trust you? Remind me again. Trust me? Don't trust me. I don't give a fuck. It's the least of our worries anyway. You're the ghost of Christmas past asshole. Any friends you had are either dead or so old their memory is gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue. What do I say to her? Got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's ballsack. Don't need convincing. Seeing your memories, gross. Rogue'll dance to any tune I play or just get us to the afterlife. There is no us. There is no us. There is no us. Even if you don't have the feeling, most people just die. Even if you don't have a thing, the parents just die. I think I have to get this off street. I have to get this off street. I think it's a little changed. I have to get this off street. und versuchen, Evelyn zu finden. Das wäre, glaube ich, tatsächlich meine erste Idee. Zum Afterlife müssen wir wahrscheinlich sowieso. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich auch noch machen würde. Und hier sehen wir gerade die Unterscheidung zwischen den Haupt- und den Nebenquests. Das ist gut. Die, die nicht gefüllt sind, sind dann quasi Nebenquests. Ah, und hier haben wir quasi schon die Verabschiedung, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall, was wir nochmal machen sollten. Holen ein Fahrzeug aus der Garage ab. Okay, haben wir haben das doch automatisch, oder nicht? Hier haben wir auch noch eine Belohnung ausstehend. Vielleicht mache ich das nochmal alles ein bisschen nebenher. Aber okay, hier sehe ich auch, das ist ziemlich weit weg. Was wir nochmal machen können, ist, hier holen wir das Auto ab. Jetzt werde ich hier die ganze Zeit zugetextet. Wo ist denn das? Okay, das ist relativ nah ran. Aber warum ruckelt das jetzt? Ich würde das gerne wissen. Das war doch vorher nicht so. Keine Ahnung. Vielleicht hilft ein bisschen was. Genau, weil ein Auto brauchen wir auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade unten, dass das Auto tatsächlich ausgegraut ist, beziehungsweise so rot angezeigt ist. Das schätze ich mal, dass wir es halt gerade nicht nutzen können. Ähm, ich weiß nicht genau, was mit unserem alten Auto passiert ist, hätte ich gesagt. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Ob damit irgendwas passiert ist. Aber dann haben wir das nämlich zumindest schon mal erledigt. Ähm. Ah, hier. Und dann hätten wir es vielleicht wieder jederzeit freigeschaltet. Hoffe ich. What? Äh, okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wir bitten viermal zum Entschuldigen für den Verkehrsvorfall. Nur mal irgendwas. Die Dalleman Corporation möchte sie herzlich in die Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Schading zu arrangieren. Okay. What? Das ist doch irgendeine... Das ist doch irgendein Trick. Irgendwas wollen die doch. Okay, na gut. Dann, ähm, haben wir das erstmal abgehakt. Beschäftige ich anderweitig, bis das Auto repariert ist. Okay, interessant. Ähm. Dann. Ja, gut. Dann haben wir eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Dann würde ich sagen, rufen wir mal Judy an. Äh, hier ist es. V? Ist das du? Scheiße. Ich dachte, du war... ... weg. Du bist nicht alleine und denkst, mich tot. Ich dachte, es war das Spiel für mich, auch. Dinge gingen auf, hm? Nicht so wie geplant. Hm, nee. Nicht wirklich. Du hörst über die Heist, ich denke. Du musst, äh, sprechen mit Evelyn. Ich brauch nicht. Die ganze Stadt gehört. Du hörst. Du musst finden Evelyn. Ich will wirklich nicht darüber reden. Du kennst wo sie ist? Was ich nur gesagt habe, drop es. Ich werde nicht sagen. Judy. Du bist meine einzige Hoffnung. Die einzige Leid, die ich habe. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir das helfen kannst. Wer hat dir gesagt, ich will? Ich bin weg! Können wir uns treffen? Lass uns treffen, bitte. Bist du da? Okay, sie hat dafür aufgelegt. Ähm. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir das mal. Was denn hier noch? Scanner's Graffiti, meine Tarotkarte zu finden. Okay, interessant. Ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme noch mal gucken, ob ich irgendwie die, die Frames noch mal ein bisschen optimiert bekomme. Das, äh, nervt mich. Das war am Anfang definitiv nichts, weil das hat alles ein bisschen besser funktioniert. Bin mir aber nicht genau sicher, was ich jetzt für Einstellungen geändert habe, dass das auf einmal so, so aussieht. Oder, was das jetzt so aussieht. Nicht mehr so gut funktioniert. Ähm. Okay, es ist mir im Café, die ist ganz so anders. Ja, wir haben jetzt leider keine, keine Karre. Deswegen müssen wir mal kurz ein bisschen laufen. Aber ich überspringe das mal. wir sehen uns, wir sehen uns gleich vor dem Club. So, ich bin jetzt kurz vor der Bar. Ich habe gesehen, hier konnte ich noch was machen. Und ich habe jetzt auch, ähm, gesehen, warum es auf einmal wieder so geruckelt hat. Der, äh, der Bock hat einfach Raychasing wieder angestellt. Ich weiß nicht warum. So, hier ist irgendwas. Neutralisiere die Täter und sichere das Beweismaterial. Gucken, ob wir hier einfach, äh, Lust ballern können. Aber ich sehe auch gerade, dass ich das Ding hier links noch offen habe von Nvidia. Vielleicht, vielleicht nochmal ausstellen. Okay, die Zivilisten tut es jetzt auch überhaupt gar nicht. Der Type links ist völlig entspannt. Oh. Erlebt ihr wohl öfters? Ähm. So, ein paar sind hier noch. Ich wundere mich gerade. Ich habe doch, ach, das ist auch nur eine Handfeuerwaffe. Ich habe doch hier noch was anderes. Ähm. Ja, das Stummgewehr. Ja. So, den letzten auch noch. Aber ja, es scheint irgendwie auch niemanden tatsächlich zu interessieren. Interessant. Ähm. Okay, haben wir ein paar Dinger. Die nehmen wir mal alle mit. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwas mit machen können. Ähm. Ich glaube, ich mache mal eben kurz das Ding hier aus. Sorry. So. Irgendein Beweismaterial sollten wir ja auch sammeln. Ich weiß nicht genau, wie sich das äußert, wie das aussieht. Ähm. Ähm. Hm. Ich weiß es nicht. Wir haben noch einen neuen Splitter bekommen. Und ich habe gerade auch noch gesehen, als ich, äh, unterwegs war. Über das Sturber. Haben wir hier so ein paar Upgrade-Möglichkeiten. Also. Wir sollten auf jeden Fall. Das nächste Mal nochmal zu, äh. zu Victor gehen. Hey, schau. Achso, da hat Johnny mit uns geredet. Ich habe gerade... gedacht, hey. Hey. Es wird bestimmt öfter passieren. Hast du dich hier gesehen? Ja. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich habe eine gute Erinnerung für Gesicht. Bar ist geöffnet. Sorry, June. Hm. Shit. Jetzt sind wir zu früh da. Ich, äh, schaue Evelyn Parker. Ich weiß nicht, wo ich sie finden könnte. Sie kamen damals. Ich habe sie in einem Moment gesehen, aber. Hallo. Wie lange waren wir denn weg? Kann doch gar nicht so lange... gewesen sein. Ja. Take the stairs down. Ich lasse Judy wissen, dass du kommst. Okay, cool. Ja, alles gut. Okay, interessant. Wir dürfen einfach rein, obwohl es geschlossen ist. Woah, woah. Start wieder. Was ist das denn? Es gibt aber genug Leute hier, ey. Die haben uns schön angelogen, die Typen. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, du hast Lied. Ich... 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 Ich will nur mein Zimmer zurück. Ihr Pimpf hat dich raus, ist das denn? Du sagst mir, ich habe geänderten Lassen. Fuck, tut das. Ist doch nett hier, oder? Judy ist immer wieder zufrieden. Hey, wo gehst du? Nichts, um hier zu sitzen. Lass dich lieben. Judy's Freund. Okay. Was hat Judy denn jetzt gemacht? Dass man hier über sie spricht? Stopp erzählen, dass du hierher gehst. Was soll ich mit ihnen alles tun? Du bist so über die Stray´s? Geh, schau dir an deinen Gästen. Suze! Wir sind nicht hier fertig. Oh ja, wir sind. Hm. Nein, Jude. Nee. Ich bin ja einfach nur gerne hier. Ich bin ja einfach nur gerne hier. Und ihr fliegt hoch oder sinkt in Quicksand. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Ja. Du kommst all diesen Weg, um nur zu spielen, wer ist wer bei den Gästen? Hör, hast du gesehen, Evelyn? Du musst mit ihr sprechen. Das ist wichtig. Warum? Du kannst ihr ihr Schraubbote machen, für den Heist zu machen. Hm. Okay, scheiße. Da hätten wir noch ein bisschen Coolness gebraucht, glaube ich. Klingt, das hättet ihr miteinander gesprochen. Fragen wir es mal. Du hättest wissen, wie die Heist gewinnt. Das bedeutet, dass du mit ihr gesprochen hast. Ich weiß, wie du gebrochen hast. Du hast all deine Dumbass getötet, wie ein realer Pro. Du hättest auch deine Finger am Spielschuss, wenn du zeigen. Ähm. Cauchte some lead myself, too. Boo hoo. Occupational hazard for you Mercs. Sure I took a risk. We all did. But it was Evelyn who gave it to us in the first place. She knew what this was from the start. Fine. Looks like we're all in this pisspot together. But you're desperate. Writing's on your face. Okay, let's just say I'm pretty much fucked. The biochip we clipped during the heist is killing me. Albeit slowly. Evie commissioned the job. Might know how to stop that. That's why I need to know who hired her. Hmm. Let's say I believe you. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. I'd look for her there. Where is that? Sig case on my table's got the address. Take it. And once you find Evelyn, give it to her. Ah, I don't know how much time I have to explain. My account acted without my permission. And as soon as I found it. Megatower. Luxurious. Please, please. Let's keep this up. Wait. Ah, Judy. Just let me know how she's doing. Okay. I'll give you a call. Okay? Thanks. Thank you, V. A doll. Why am I not surprised? You're an engram and a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? Why the hell not? The club is closed. Don't you have somewhere to be? Hmm. Let's see it! You know what was happening Evelyn Parker happened. Why are you asking me? You talked to Judy about her already. Sure, but you're the boss. You might know something more. Evelyn jumped the Mox ship a long time ago. And anyone not a Mox is not my damn problem. He did exchange there with Judy. What was that all about? How's this any of your business? Gonna follow up with your own sermon on responsibility for others? Go on, your high horse is waiting. I'm just curious. One thing I know about curiosity. Won't get you shit, unless you got the fists and the ass to back it up. Ja, ja, komm. Dann, äh, haben wir noch nix mit zu besprechen. Tschüss. Forget Evelyn. Admit it. This is about Judy's Virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Ja. War nicht schlecht. So was? Ne. Anscheinendlich. Gut. Ähm. Ah, hier haben wir so'n Decay, was wir mal einsammeln können. Hey, call me Mr. Hands. If you're looking for Pacifica Jobs, call me. Name's V. And what? No, please to meet you? Hm. I'm truly honored to meet you. You got any biz? Call me. Hey, look. Ich mag Gretchen dann dazu gespammt. Hm, was ist das? So. Would you look at that? You see it too, right? Either gone completely whacked, or I'm having a mystical moment. What's that chick's name? The one with the hair? Misty? Eh, more likely a Neuron-Mistfire for Victor to check out. Or maybe I ask them both. The one with the hair. Ja, das ist ziemlich, ziemlich detailliert. Äh, jetzt konnte ich leider nicht schnell genug reagieren und hier mir das mal angucken. Kann ich es mir hier irgendwann angucken? Und wenn wir noch irgendwas, was wir abholen können. Ha, wir haben theoretisch so'n viele Sachen, die man, die man irgendwie machen kann. Auch hier Fertigkeitsfortschritte, hier haben wir auch ein bisschen was. Ich weiß aber nicht genau, was das, was das bedeutet oder was das macht. Wahrscheinlich einfach, wenn wir ein Level erreichen, kriegen wir diese Dinger. Ähm, warte mal, Rucksack. Haben wir hier vielleicht irgendwas mit den Tarotkarten? Ah, guck mal, hier haben wir auch diese Item-Komponenten. Die brauchen wir wahrscheinlich dann fürs Item-Herstellen. Ah, da können wir dann Kategorie 1 auf 2 upgraden. Munition, ah, okay, egal. Das ist gut. Ähm, Upgrades können wir hier auch sogar machen. Theoretisch. Nice. Gut, ähm, ja, wir gucken mal in der nächsten Folge, machen wir mal hier weiter. Beziehungsweise werde ich vielleicht schon mal, äh, mich dahin begeben und, äh, quasi dann hier irgendwo anfangen. Und, ähm, genau, wird, oder vielleicht machen wir vorher sogar noch das mit dem, mit dem Ripper-Dog. Ich, lass dich überraschen. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall, ähm, das soll's erstmal für den Moment gewesen sein. Äh, ist ein bisschen jetzt eine kürzere Folge gewesen und ein bisschen, ähm, Nebengeplänkel, aber gehört auch dazu. In der nächsten Folge geht's hoffentlich wieder ein bisschen, bisschen stärker in die, in die Hauptstory rein. Und, ähm, genau. Haut rein, Leute, wir sehen uns mal nächstes Mal. Bis dann, ciao, ciao.